hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen ankündigungsvideo wir befinden uns hier auf der felsbrunnen am feld 12 aber eigentlich total egal wo wir sind ich habe mir einfach die felsbrunnen geschnappt den wunderschönen case hier und freue mich einfach euch ein neues projekt ankündigen zu dürfen heute 11.30 ist schon ein community post dazu erschienen ich bin mir leider nicht sicher ob wirklich alle immer in diesem community tab gucken deswegen dachte ich ich mache noch ein ganz kurzes video erkläre worum es geht und zwar möchten wir zusammen mit euch ein neues projekt initiieren ins leben rufen es soll ein rolle projekt werden mit allem quasi was dazu gehört und dafür brauchen wir euch wollen wir wollen wir mit auf dem dem server haben in den diversen rollen quasi dafür haben wir so ein kleines ich mag das wort bewerbungsformular nicht aber mir fällt leider nichts besseres ein wir haben ein kleines bewerbungsformular dafür erstellt in dem wir einfach nur uns namen geben ist angeben ist wie wir euch nennen ja wie wir euch erreichen können per discord e mail oder sonst was habt ihr ein mikrofon ein ganz wichtiger punkt ist seid ihr über 18 weil es können leider nur leute mitmachen die die über 18 sind ihr kennt das von von anderen projekten das ist halt einfach schwierig mit mit rechtlichen themen sonst und genau deswegen auch da ist wieder dieses 18 und ja was fragen wir noch ab ach so ganz ganz wichtig natürlich fast vergessen das ganze soll mittwochs zwischen 20 und 22 uhr ja immer aufgenommen werden plus minus ein paar minuten es kann natürlich auch mal sein dass wir ein paar minuten länger brauchen also wenn ihr mittwochs zu der zeit zeit habt wie gesagt unten in der video beschreibung nutzt gerne das das formular tragt euch ein wir melden uns es tun es wie es so schön heißt zeitnah bei euch und würden uns auch über zahlreiche interessenten ich hätte fast bewerber gesagt ich musste jetzt gemerkt ich musste suche über zahlreiche interessenten freuen die ersten sind auch schon schon eingetrudelt die die haben den community post gelesen vielen dank dafür ich habe mich sehr darüber gefreut bei euch werden uns natürlich auch melden und ja vielleicht die karte möchte ich jetzt noch nicht erzählen falls die ersten kommentare kommen sollte sollten welche karten wir benutzen lasst euch überraschen ich glaube eine karte die die man noch nicht oft gesehen hat zumindest als ich lieber über youtube mal geutubt habe kann man das so sagen ich sag das einfach so als ich die karte mal bei youtube geutubt habe sehr geiler sagt habe ich sie gar nicht so oft gefunden von daher bin ich gespannt wie sie euch gefällt mir gefällt sie wirklich sehr gut und ja dann bleibt mir tatsächlich nichts mehr zu sagen außer wie gesagt ich hoffe euer interesse ist genauso groß wie meins ihr habt genauso viel bock wie ich ich freue mich über jeden der das formular ausfüllt ich freue mich über jeden kommentar jeden daumen nach oben jedes abo ja vielen dank einfach für euren support ihr seid wirklich klasse und ja bleibt gesund hashtag farm at home bis zum nächsten mal tschüss und ja 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 ja